Leute, Trimax hier. Eigentlich wollte ich das nie machen und wir machen heute einen. Wenn nicht du wäre, ich habe Knossi im Ohr, habe dieses Kostüm an und soll in der Fußgängerzone Leute nerven. Es wird hart. Oh, Trimax gar keinen Bock. Geh? Also das Ding, bin ich gespannt, ich gebe dir das immer. Scheiße, ich habe es dir jetzt schon schön vorgeschnitzt. Wurde das schon einmal gewaschen. Heute ist es nach der Happy Chips Tour, wo es 36 Grad war und haben das drei Tage anhalten. Von mir ist es jetzt nicht nass. Nee, bin ich, aber bei der Tour halt, wo es 36 Grad war. Jetzt bin ich irgendwo und lauf weiter gerade aus. Scheiße, ist das unangenehm. Alter, wirklich, ist das unangenehm. Wieso machen wir das hier anders? Ja, mir ist nichts unangenehm. Das ist ja das Schöne, weil dir es peinlich ist. Ey, Trimax, wenn ich du wäre, würde ich die Mädels erstmal ansprechen und sagen, hi, hier ist Trimax. Gott, was ist das für eine Scheiße, Mann. Die chillen da voll hart. Hallo. Ein Selfie bitte machen. Ja, ich habe jetzt gerade das Kostüm an. Hast du Stimme? Hast du? Ja, ich bin auch mit Kostüm. Ja, ich bin auch mit Kostüm. Ja, okay, dann mit Kostüm. Da vorne sitzt Knossi im Café, da könnte ich auch noch kurz hingehen. Knossi? Viel Spaß. Tja, das habe ich dir mal richtig schön heimgezahlt. Wie einfach. Das hast du davon. Hey, wow, das war Trimax. Ist das krass? Wow, ey, das ist doch geil. Ich will mal. Ja, okay, mach schnell. Okay, warte, bleib da stehen. Bleib genauso stehen, Max. Bleib genauso stehen. Steh einfach da, wie eine Statue. Wir sind gerade auf Klassenfahrt. Mach schnell. Juhu, Klassenfahrt, die 8B. Danke schön. Danke schön. Okay. Trimax, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal die Leute da ansprechen mit dem Hund. Und mal fragen, ob ich den Hund streicheln darf. Frag, beißt der? Beißt der? Frag, beißt der? Und fasst trotzdem hin. Komm jetzt. Und egal, was die sagen, du fässt zum Hund. Deine Hand geht zum Hund. Los, let's go. Nee? Ah, der Hund ist aber so süß. Darf ich die einmal streicheln? Der hat Angst. Ach so. Okay. Das macht doch nichts. Das stört mich nicht. Die waren stinksauer. Was soll die Scheiße? Der Hund hat panische Angst. Du siehst das von da hinten gar nicht, du Assi. Ja, okay. Ist doch nichts passiert. Okay, weiter. Achtung. Siehst du die drei Frauen hinter dir? Geh mal hin und sag, ich möchte ihnen was zeigen. Schrei mal, lauf denen hinterher. Die drei Frauen, die sich da gerade unterhalten. Geh mal, renn mal rüber, renn mal rüber. Und sag, Moment, Moment. Ich will ihnen mal was zeigen. Moment, Moment, ich muss ihnen da noch was zeigen. Moment, bleiben sie stehen. Moment. Moment, bleiben sie stehen. Abgewunken. Sag, ja gut, dann gibt's halt keine 10.000 Euro. Schrei hinterher. Okay, dann gibt's keine 10.000 Euro. Oh, Alter. Die hatten gar keinen Bock. Die hatten gar keinen Bock. Schrei dem hinterher. Hey. 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 Nochmal. Hey, laut hey. Was ist das für eine Scheiße? Richtig laut, richtig laut. Schrei richtig laut. Hey. Hey. Ja, du. Ja, du. Schrei laut. Ja, du. Ja, du. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib sofort stehen. Sagst du, aber bleib bei Trimax nicht stehen. Der ist im Kostüm. Mann, ey. Geh mal schnell hin. Der will dir was zeigen. Bei Hollywood United? Ja. Das ist mein Spieler. Das ist mein Spieler. Ich hab dich gar nicht erkannt. Bruder, das ist mein Spieler, Hollywood. Alles klar? Ja, super, alles klar. Ist das der Trimax da drin? Das ist der Trimax da drin. Oh, zeig noch das Hirn angeschlagen. Da ist der Trimax da drin. Das ist der Spieler von der Baller League und du hast ihn nicht erkannt? Krass. Hey, moin. Na? Na, ist klar? Ja, bei dir? Gut gespielt. Ja, danke. Es ist ein Notfall. Ich bräuchte einmal ganz kurz dein Fahrrad. Und dann? Aber jetzt sofort. Wo musst du hin? Einfach so. Da hab ich ja keins. Nee, das kriegst du wieder. Los, runter da. Ah, nee. Das Bike ist Schrott. Kannst du nicht? Nee, danke. Kannst du mal halten den Scheiß, danke. Ja, gut. Alles klar, Max. Ciao. Hau rein, Tüte. Digga, der war voll sauer, Digga. Was soll das? Oh mein Gott. Eier. Super. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, Achtung. Jetzt ist dein großer Auftritt. Schrei ganz laut. Hallo Köln. Warum? Warum? Warum soll ich das machen? Hallo Köln. Ich führe nun etwas vor. Es geht nicht, Digga. Hey, ganz kurz, Moment. Bleibt alle mal hier. Der will euch was zeigen. Geht mal alle ein bisschen weiter vor. Zu dem Mann im Kostüm. Alle mal ganz nach vorne. Hey, versammelt euch hier vor mir. Hallo Köln. Hallo Köln. Hallo Köln. Hallo Köln. Wo bleibt der Applaus? Ich führe nun etwas vor. Wofür ich zehn Jahre geübt habe. Wofür ich zehn Jahre geübt habe. Achtung, seid ihr bereit? Achtung, seid ihr bereit? Und jetzt mach einfach einen Hampelmann. Das geht nicht in dem Kostüm. Das geht nicht in dem Kostüm. Danke, das war's. Pass auf, umdrehen. Welche Frau? Sind Sie noch Single? Sind Sie noch Single? Ganz normal. Richtig so, ganz seriös, wie wenn du, wenn du, wenn das, du würdest jeden Tag im Kostüm ruhen. Sind Sie noch Single? Hallo? Okay, das... Ich wurde weggelegt. Nee. Oh, war dir unangenehm? War gemerkt. War dir dezent unangenehm? Ja, das ist geil. Die hat direkt den Kopf geschüttelt. Die hat direkt den Kopf geschüttelt. Vor dem Hallo schon, vor dem Hallo schon war der Kopf geschüttelt. Du, man muss echt sagen, aber dir ist auch alles scheißegal. Du schämst dich überhaupt nicht. Weil man sich in dem Kostüm frei fühlt, ne? Ja, aber den Kostüm erkennt man halt keinen. Das ist wirklich krass. Er fühlt sich echt frei. Achtung, siehst du die zwei, die jetzt hier zu dir laufen? Habt ihr ein Problem oder was? Geh mal hin. Hey Jungs! Habt ihr ein Problem oder was? Bruder! Bruder, haben die Respekt gehabt vor dir! Junge! Digga, ich bin eine riesen Chipstüte. Ich bin drei Meter groß in dem Kasten. Hallo. Oh, hallo. Können wir ein Foto machen? Äh, das muss ich mal ganz kurz fragen. Jens, der will ein Foto. Was sag ich ihm? Das ist Traymax. Sag, du bist ein Star, du machst keine Fotos mehr. Schon lange nicht mehr. Sag noch. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Und jetzt dreh dich einfach weg und lauf weg. Ey, wie gemein die Kinder. Wie gemein. Dreh dich um. Lauf im Kreis um die herum. Lauf einfach im Kreis um die Jungs herum. Es franz dein lieber Wutzelmann. In unserem Kreis herum. Viele Spaß. Okay, rechts. Der Mann, der mit der Bauchtasche kommt. Geh mal zu dem Mann mit der Bauchtasche. Na, sind Sie gut drauf? Na, sind Sie gut drauf? Dann sag's mal deinem Gesicht. Er hat mich weggewunken mit dem Finger. Er hat mir den Finger so gemacht. Oh, was ist hier? Oh, Bruder, ist das geil. Ey, Trimix ist das geil. Ey, runter vom Bike. Hey, hey. Hey. Ihr darf mal nicht Fahrrad fahren. Ihr darf mal nicht Fahrrad fahren. Stopp. Ja, bleiben Sie mal stehen. 15 Euro. 15 Euro. Wie lang sie schiebt jetzt? 15 Euro. Geh mal zu der hinten mit dem roten T-Shirt. Sag komm, ich helfe dir ein bisschen Gerüst. Aber Gerüstbau. Hab ich früher auch mal gemacht. Bevor ich diesen Job hier annehmen musste. Sagst du mal schon. Hey Jungs, braucht ihr heute noch Hilfe? Nö. Jemand, der mit anpackt? Was denn? Ich will diesen Kackjob mit diesem Dreckskostüm nicht mehr machen. Ja. Braucht ihr Hilfe? Ja. Ihr seid fertig? Alle drei machen Feierabend. Okay. Was früher kommt? Dann, ich kann auch den Lkw fahren. Nee. Nee? Okay. Alles klar, schönen Feierabend. So eine Scheiße. Sag mal, mit wem schreibst du denn da die ganze Zeit? Excuse me. Ah, okay. Die spricht kein Deutsch. Pass auf. Ums Eck. Siehst du das? Dreh dich mal nach rechts. Da ist so eine Führung. Geh mal hin. Geh mal hin und sag Stopp, Stopp, Stopp. Ist doch alles Scheiße hier. Ich bin Trimax. Ich bin viel interessanter als der Mist hier. Stopp, Stopp, Stopp. Mach mich nicht so, ne? Äh, ja. Was hast du, Jode Jung? Ja. Was kann ich Jodes für die Stunden? Ich bin Trimax. Ich bin viel interessanter als diese Führung hier. Äh, muss ich dir recht geben, weil wen hier interessant wie ich hier bin, äh, gibt es gar nicht. Okay. Also du machst schon was her, da muss ich dir ehrlich sagen, ja? Darf ich mal an dir rumklappern? Ja. So, in der Fuß? Danke. Okay, danke schön. Danke, dass du mich unterbrochen hast. Gerne. Oh Mann, das war so schrecklich. Das war so schrecklich. Ey, Trimax war optimal. Hammer. Ich dachte, ich hab mir von den einen gewünscht, so, ey, habt ihr ein Problem oder was? Da dachte ich, oh mein Gott. Der war sauer, dass ich unterbrochen hab in seiner Führung. Okay, das war der letzte. Kann ich rauskommen? Ja, ja, du kannst raus, natürlich. Okay, komm raus aus dem Ding. Ey, aber Respekt, das war dir echt scheißegal. Alles? Oh, scheiße, 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 Alter. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße. Alter, try me. Scheiße, ja. Ciao. Ey, kann ich ein Zeichen mit dir? Na, mach schnell. Können wir auch mal ein Proto machen? Hallo Köln! Habt ihr Bock? Köln! Zehn Millionen Tüten. Zehn Millionen Tüten. Das ist alles Happy Chips. Ab 2.09. im Handel, Freunde. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.